Herzlich Willkommen zum Podcast Leverage Business und herzlich Willkommen Georg Wildecker. Hallo, guten Morgen Herr Techt. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herr Wildecker, Sie sind geschäftsführender Gesellschafter bei Adenol Luh-Oil GmbH. Und unsere Zuhörer interessiert mal als erstes, was macht eigentlich Ihr Unternehmen und wer sind die Kunden? Ja, Herr Techt, gerne. Nochmals vielen Dank für die Einladung. Adenol beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem weltweiten Vertrieb von Hochleistungsschmierstoffen und hier insbesondere Hochleistungsschmierstoffen für Anwendungen in der Industrie. Und wer sind so die typischen Kunden? Wir haben eine ganze Bandbreite von Kunden. Natürlich haben wir auch ein komplettes Sortiment für Automotivprodukte. Dort sind die klassischen Kunden, Werkstätten, Endverbraucher im Baumarktgeschäft. Aber wir haben uns im Laufe der letzten 20 Jahre ganz gezielt auf die Entwicklung von Hochleistungsschmierstoffen für die Industrie konzentriert. Denn wir als mittelständisches Unternehmen mussten uns die Frage stellen, wollen wir das Geld, das wir verdienen, in eine Brand, in eine Marke investieren, die weltweit ähnlich revisieren kann, wie es die große Multinationals machen, die eben in Formel 1 hunderte von Millionen ausgeben im Jahr, um eine Brand Awareness zu kreieren. Oder, weil wir uns das nicht leisten können, investieren wir das Geld in Hochleistungsschmierstoffe für industrielle Anwendungen, wo wir dann gegenüber unseren Kunden klar sagen können, wir haben Alleinstellungsmerkmale im technischen Bereich, wo man also zum Beispiel weniger Energie verbraucht, deutlich längere Ölwechselintervalle hat, weniger Schmierstoff verbraucht und darüber den Kunden noch erfolgreicher macht. Also für uns ist das ganz wichtig im Industriebereich, dass die Kunden, wie man so schön auf Englisch sagt, Added Value kreieren mit unseren Produkten, indem sie eben einerseits einen höheren Preis akzeptieren für die höhere Qualität, aber andererseits sehen, am Ende des Tages, wenn der Instandhalter abrechnet, was kostet ihm die operative Stunde in der Maschine oder dass der Output, also die Einheit, die produziert wird, ist der Schmierstoffanteil je Einheit oder je Betriebsstunde deutlich geringer als von der Konkurrenz. Dort sind wir im Bereich der Gasmotoren weltweit sehr gut unterwegs, Biogasmotoren, wir sind im Bereich Hochtemperatur-Kettenschmierstoffen sehr gut unterwegs, andere Anwendungen ebenfalls für Hochtemperatur-Kettenschmierstoffe, auch im Bereich der Lebensmittelöle, biologisch aburbanen Schmierstoffe, dann auch im Bereich von Hochleistungsgetriebeölen, also so die ganze Varianz, was es an Industrie-Schmierstoffen gibt, sind wir dort, glaube ich, relativ gut unterwegs und sind auch im gewissen Sinne stolz darauf, wir kommen aus den neuen Bundesländern, wir sind am Standort Leuna, dass wir nach meiner Kenntnis zu den circa zehn wenigen Unternehmen gehören der neuen Bundesländer, die den Titel Hitten Champion von der Universität St. Gallen verliehen bekommen haben, weil sie eben hochwertige Produkte mit der Reinstellungsmerkmal entwickeln, herstellen und weltweit erfolgreich vermarktet. Das ist ein bisschen ein guter Horizont, was wir machen. Vielen Dank. Ja, vielleicht nochmal kurz auf das Produkt selbst zurück. Also für Sie ist natürlich klar, was Schmierstoffe sind und wofür das eigentlich wichtig ist, für viele unserer Zuhörer aber vielleicht nicht und vielleicht können Sie das auch ein bisschen ausführen. Warum kann man sagen, dass Schmierstoffe das sind, was sozusagen die Industrie am Laufen hält? Der Begriff Schmierstoffe sagt es ja schon eigentlich aus von der Kernfunktion. Es ist eine Flüssigkeit, die zum Schmieren eingesetzt wird. Also wenn Sie zwei Parameter haben, die miteinander sich nicht vertragen, weil Sie eben dazwischen ein Medium brauchen, was die gegenseitige Bewegung erlaubt. Ansonsten gibt es zu viel Reibung oder man bewegt sich gar nicht. Das kann der Motor sein, das kann ein Getriebe sein, ein Kettensystem sein, eine Turbine sein, alles mögliche Kompressoren. Dafür brauchen Sie Schmierstoffe. Erster Zweck, ganz klar, es muss schmieren, damit es sich bewegt. Zweiter Zweck, ganz klar, die Reibung muss minimiert werden, damit es weniger Verschleiß, weniger Instandhaltungskosten gibt. Und dann haben Sie natürlich auch noch die Funktion, dass dieses Medium kühlt und die Temperaturen tief hält. Denn es gibt so eine Faustregel und an der orientieren wir uns immer. Wenn Sie zum Beispiel im Getriebeölbereich die Betriebstemperatur um 5, 7 Grad vom Öl senken können durch geringere Reibung, dann können Sie die Lebensdauer, den Ölwechsel des Getriebeöls praktisch verdoppeln und sparen damit richtig Geld ein. Das sind so die Kernfunktionen von einem Schmierstoff. Und es klingt immer alles ganz einfach, ganz trivial. Ja, man muss die Reibung minimieren. Wir befinden uns dort natürlich immer in Grenzbereichen der Physik und Chemie, aber dafür haben wir eine eigene, sehr qualifizierte Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Okay, und damit kommen wir vielleicht auch schon zu den Unterschieden. Sie haben ja eben schon so ein paar Andeutungen gemacht. Sie sind eher ein kleinerer Player. Es gibt die sehr großen Unternehmen in der Welt, mit denen Sie in Konkurrenz bestehen. Und was würden Sie sagen, was hebt Sie da aus dem Wettbewerb heraus? Warum müssen praktisch die Kunden, die bei Ihnen kaufen, warum haben die gar keine andere Wahl? Die müssen bei Adenol kaufen, weil nur Sie können etwas, was die anderen nicht können. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass die Kunden gar keine andere Wahl haben. Natürlich gibt es auch für uns überall Wettbewerb, ganz klar. Und ich sage auch dazu, ohne Wettbewerb hat man auch nicht den Druck, permanent innovativ zu sein. Und deswegen ist Wettbewerb ganz wichtig. Was wir machen ist, dass wir maßgeschneiderte Produkte entwickeln in Zusammenarbeit mit großen deutschen Maschinenbauern. Deutschland war zumindest in der Vergangenheit noch, ich hoffe, es bleibt auch in der Zukunft so, ob es im Bereich Getriebebau, ob es Kompressoren sind, ob es Kettensysteme sind, ob es Motoren sind. War Deutschland immer führend? Deutsche Ingenieurskunst. Und wir haben uns im Laufe der letzten 20 Jahre eben den Ruf aufgebaut. Wir fangen eben dort an, wo andere aufhören und finden dort Lösungen, die andere so nicht gefunden haben. Natürlich ist dann die große Herausforderung, diese Schmierstoffe, die dann natürlich teurer sind, weil es ist ein maßgeschneidert entwickelt, mit höchstwertigsten Komponenten, die entsprechend teuer sind, diese weltweit zu verkaufen. Denn die Maschine funktioniert natürlich auch mit einem Wettbewerbsprodukt. Und im Unterschied, ich sage es immer zum Sekt von Rotkäppchen, was hier um die Ecke liegt, in Freiburg an der Unstruth, wenn Sie ein Liebhaber von Rotkäppchen sind, dann schmecken Sie. Schmieröl trinkt man bekanntlich nicht. Das merkt man eben erst nach einigen, oder man sollte es nicht trinken, man merkt es eben erst nach einigen Jahren, wie positiv oder wie negativ sich ein Schmierstoff auswirkt. Wir haben Kunden in wichtigen Bereichen von Hochtemperaturkettenanwendungen, die uns klar gesagt haben, wenn wir eure Produkte komplett einsetzen, egal ob es auf den Kettensystemen sind, ob es in den Getrieben ist, ob es bei den Lebensmitteln ist, was wir dort alles brauchen, wir haben ganz klar gemerkt, wenn man alles zusammenrechnet, Energieverbrauch, Instandhaltungskosten, ungeplante Stillstände, also diese Ampline Shutdown, wie die Maintenance Manager immer sagen, dann kommen wir darauf, dass wir circa 5% wenige Betriebskosten haben, nicht 5% wenige Betriebskosten haben, die sich direkt ins Ergebnis durchrechnen, wenn wir überall auf eure Hochleistung und Schmierstoffe setzen. Das ist dem Vertrieb eine Riesenherausforderung, denn klar, wenn der eine 20% weniger verlangt, ja, aber das andere schmiert doch auch. Und dort den Nachweis zu führen, dort haben wir dann spezielle Marketinginstrumente wie Ölanalysen, wo wir es den Kunden aufzeigen, müssen sie den Kunden aber auch dazu bringen, die Ölanalyse bei externen Laboren zu machen, denn es kostet ja auch ein paar Cent, die Auswertung übernehmen wir, kostenlos die Auswertung, aber die Dienstleistungen des externen Ölanalyse-Rabors muss man natürlich bezahlen. Und dort kann man dann sich schon differenzieren. Und Sie müssen die multinationalen Gesellschaften im Verhältnis zu uns sich so vorstellen, die Multis verdienen ihr Geld an der Öl- und Gasquelle. Die verdienen richtig Geld in der Förderung von Öl und Gas und die gesamten, also die sogenannten Upstream-Aktivitäten. Und im Downstream-Bereich, also in der sogenannten Veredelung, dort ist die Luft wesentlich dünner. Und wenn Sie mal mit einem Multi reden, die werden Ihnen höchstwahrscheinlich sagen, je nachdem, wen Sie ansprechen, Schmierstoff macht vielleicht 0,5% von dem gesamten Umsatz aus. Das interessiert die AXIS überhaupt nicht. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich will jetzt keinen Konkurrenten nennen. Aber wenn Sie ein bisschen in die Geschichte schauen, dann werden Sie schnell herausfinden, welcher Konzern ein riesiges Umweltproblem im Golf von Mexiko vor circa zehn Jahren verursacht hat. Damals war noch Bamako Barra Präsident. Weil eben in 4.000 Meter Tiefe mal schiefgelaufen ist und an der Golf von Mexiko mit Öl verseucht wurde. Und jetzt wurde dem Unternehmen vorgeworfen, ihr habt massivst an den Sicherheitsvorkehrungen gespart. Denn in der letzten Quartalsbilanz, die ihr veröffentlicht habt, von den 8 Milliarden Profit, die ihr veröffentlicht habt, den Dollar, sind 7,998 Milliarden nur aus der Exploration gewesen. Förderung Öl und Gas. Was medial untergegangen ist, ist, dass in allen anderen Geschäftsbereichen, ob die Tankstellen sind, ob es die Raffinerien sind, ob es die Schmierstoffe sind, praktisch nichts verdient wurde. Die bedienen extrem mit der Förderung von Öl und Gas. Und da kann ich es natürlich nachvollziehen, das andere Geschäft gehört irgendwo dazu. Aber dann für einen deutschen Mittelständler, der im Maschinenbaubereich, weil er sich 45 Millionen umsetzt und dafür maßgeschneiderte Getriebeöl oder Kettenöl-Lösungen braucht, ja, wieso soll sich da irgendein Großkonzern, der in Dallas seinen Hauptsitz hat, das interessiert den gar nicht. Die Geschäfte, die uns interessieren, die haben deswegen im Standardbereich auch eine gute Palette. Allerdings, und auch das gehört zur Wahrheit, wir unterscheiden uns von den Multis ganz massiv dadurch, dass wir nur an einem Standort produzieren, nämlich hier in Leuna. Und ich habe schon mit genügend Managern von OEMs gesprochen, im Maschinenbaubereich, die mir dann die Frage gestellt haben, Mensch, wir haben ja nicht nur Adenol freigegeben, wir haben ja auch von den Multis Öle freigegeben. Kann es denn sein, weil wir in einigen Regionen der Welt größere Probleme mit unseren Anlagen haben, dass dort nicht die Performance erreicht wird, die Produktivität erreicht wird, die wir eigentlich den Kunden zusagen. Und wenn wir es untersuchen, kommen wir meistens zu dem Schluss, es müsste eigentlich an der Qualität des Öles liegen. Jetzt sind aber diese Öle natürlich freigegeben. Und da wird mir dann oft die Frage gestellt, kann es denn sein, dass einige ihrer Konkurrenten unter Umständen mit unterschiedlichen Qualitäten arbeiten. Und ich sage dann immer, ich werde nie etwas Negatives über einen Konkurrenten sagen, aber machen Sie mal Folgendes, besorgen Sie sich mal Fischöl und gebrauchten Proben, irgendwo in Asien, in China, dann gehen Sie nach Südamerika, von mir aus Brasilien, dann Nordamerika, irgendwo in Afrika, dann irgendwo im Mittel-East, weiß ich, Indien oder Dubai, dann West- und Südeuropa oder Osteuropa und geben Sie die Frisch- und Gebrauchtöle in ein unabhängiges Labor. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses unabhängige Labor Ihnen bestätigt, dass bei den multinationalen Gesellschaften in der Welt Produkte, die den gleichen Namen haben, das gleiche Datenblatt haben, die gleichen Freigaben haben, dass dort von einem externen Labor unterschiedliche Qualitäten nachgewiesen werden, diese Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. mit einer Ausnahme bei uns. Und deswegen sind wir erfolgreich. Natürlich muss ich dann Made in Germany die höheren Kosten hier verkaufen. Denn klar ist auch, Mitarbeiter bei uns verdienen mehr als in Indien oder irgendwo in der Welt, wo man eben auch Schmierstoffe herstellen kann und herstellt. Ja, jetzt müsste man ja sagen, so wie Sie das eben ausgeführt haben, dass die Kosten Ihres Produktes, dass die eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielen, weil Sie ja gesagt haben, dadurch findet eine signifikante Reduzierung der Betriebskosten statt. Also rechnet sich das ja sozusagen automatisch im Vergleich zu anderen Herstellern, im Vergleich zu anderen Produkten. Und hilft Ihnen das im Verkauf oder wird das eher ignoriert von den Kunden? Es wäre schön, wenn es so wäre, wie Sie es schildern. In der Theorie haben Sie auch völlig recht. Wir sind dort im Bereich des Marketing. Sie müssen zunächst die sogenannten OEMs von Ihren Produkten überzeugen und deren Freigabe bekommen. Dann hast du den Approval. Dort sind wir als ostdeutsches Unternehmen natürlich in der in der mistlichen Situation gewesen. Wir konnten erst Ende der 90er, als das Überleben gesichert war, damit starten. Denn ein großer Maschinenbauer überlegt sich natürlich schon, gibt er die Freigabe oder nicht. Wir haben aber natürlich objektiv 30 bis 40 Jahre später gestartet, als diejenigen, die im Westen die deutschen Maschinenbauer weltweit begleitet haben. Das ist das eine, dass sie die ganzen Freigaben brauchen. Ein sehr mühsam und auch teurer Prozess und auch ein Prozess, wo sie sehr Beziehungsgeflechten aufbauen. Man kennt sich, man weiß, auf den kann man sich verlassen und diesen Ruf, diese Reputation müssen sie sich erst erarbeiten und wir tun uns heute wesentlich leichter als im Jahr 2003 vor 20 Jahren, wo wir als Nobody in diesen Bereich eingestiegen sind. diese Bedingungen müssen sie erfüllen. Die zweite Hürde, die sie in der Praxis nehmen müssen, mir hat in China mal ein Instandhalter gesagt, weißt du, ich glaube dir das ja alles, dass du besser bist und du hast die Referenzen und dies und das und jenes ist besser, alles schön und gut, aber im Normalfall wechsle ich in China spätestens nach 15 Monaten meinen Arbeitgeber. Wieso soll ich mir jetzt mit dem Einkauf riesigen Ärger einfahren und mein Budget überziehen und dann meinem Nachfolger das Ergebnis präsentieren, dass er nach vier Jahren im Vergleich zu dem, was er ansonsten von einem Multi genommen hat, richtig Geld sparen kann. Das ist das nächste Thema, was sie lösen müssen und von dem her ist es ein täglicher Kampf, aber wir gewinnen laufend Marktanteil dazu und ich glaube nicht, dass es viele Schmierstoffunternehmen gibt, mit so einem nachhaltigen Konzept dem Lauf der letzten gut 20 Jahre sich im Umsatz versiebenfachen konnten. Okay, jetzt haben Sie gerade eben gesagt und das ist glaube ich ein guter Angriffungspunkt, dass Sie ja erst spät anfangen konnten im Vergleich zu anderen und das ist glaube ich eine gute Gelegenheit, etwas über die besondere Geschichte von Adenol zu sagen. Ja, gerne. In unserem Logo steht ja Adenol, die Art of Oil 6. Also die Wurzeln gehen zurück bis 1936, als in dem heutigen Chemiedreieck in der Nähe von Halle, ein Braunkohletagebaubetrieb mit einer Raffinerie bestückt wurde von der damaligen Winterschall. Genau derselbe Raffinerie stand spiegelbütig in Salzburgen im Westen Deutschlands. Man hat zunächst auf Basis des Fischer-Tropsch-Verfahrens die Kohle verflüssigt, um Kraftstoff zu machen und hat dann aber relativ schnell auch Schmierstoffe hinzugenommen und hat eine Schmierstoff-Raffinerie gebaut in den 30er Jahren, Ende der 30er Jahre. Die ist während dem Krieg wie alle anderen großen petrochemischen Komplexe in Mitteldeutschland von den Engländern stark bombardiert und zerstört worden und die wenigen Teile, die noch funktioniert haben, wurden nach dem Krieg demontiert und nach Russland abtransportiert. Man hat das bisschen was geblieben, ist dann repariert, zusammengeflickt und da Schmierstoff ein extrem strategisches Produkt ist, denn in einer Volkswirtschaft bewegt sich nichts ohne Schmierstoff. Kein Traktor, kein Zementwerk, kein Panzer, kein Auto, kein Fahrrad, nichts bewegt sich ohne Schmierstoff. Wurde dann in den 60er Jahren nachdem die alte Raffinerie eben zu klein wurde, wurde dann eine neue Raffinerie gebaut, eine Schmierstoff-Raffinerie und die hat dann für die gesamte DDR ca. 360.000 Tonnen Schmierstoffe hergestellt. In allen Bereichen, man war praktisch Monopolist, sprich man hat die gesamte Produktpalette Automotiv und Industrie abgedeckt, konnte sich aber im Laufe der Zeit die teuren Rohstoffe, die es im Westen gab, um Höchstleistungsprodukte selber darstellen zu können, die konnte man einfach nicht einkaufen, weil man die Devisen nicht hatte. Und deswegen war das Unternehmen angewiesen, dass die eigene F&E-Abteilung Alternativen entwickelt hat, alternative Rohstoffe. Und ich kam 1991 als externer Consultant von KPMG zu Adinul und habe dann als erstes mitbekommen nach ein paar Tagen, hier gibt es eine Entwicklungsabteilung inklusive Labor, wo 400 Menschen arbeiten. Und das Unternehmen hat dramatische Fluste geschrieben, weil wir alle Ostgroßbetriebe waren nicht wettbewerbsfähig. Die Märkte sind brutal zusammengeboren. Das Bruttosozialprodukt ist ja Anfang der 90er Jahre in den neuen Bundesländern um zwei Drittel geschrumpft. Sprich, die Schmierstoffnachfrage von den ehemals 360.000 Tonnen ging auf 100.000 Tonnen zurück. Und um diese 100.000 Tonnen haben sich noch ca. 100 Konkurrenten aus dem Westen und aus dem westlichen Ausland auch noch geblühtet. Mit allen tollen Marketing-Tools und Methoden mit viel Geld. Adinol ist nur nach unten getaumelt. Und in dieser Phase kam ich zu Adinol und habe dann gesehen, wie hoch die F&E-Abteilung bestückt ist, mit wie viel Personal. Und da dachte man natürlich als erstes, als junger Consultant, da müssen aber Kosten gespart werden können. Nach wenigen Wochen ist mir aber klar geworden, man muss hier sparen, es muss effizienter werden. aber dies ist das Prunkstück des Unternehmens. Extremstes Know-how, denn sie haben in den 70er-Jahren schon Rohstoffe entwickelt in der Eigenproduktion, um dadurch die sogenannten Poly-Alpha-Olefine aus dem Westen ersetzen zu können, die man sich einfach nicht leisten konnte, man hatte kein Geld. Dieses Beispiel habe ich gesehen und darauf aufbauend wurden dann viele Dinge neu entwickelt und das war für mich dann auch 94 der Grund, warum ich als KPMG-Mitarbeiter dann gesagt habe, jawohl, ich wechsle den Arbeitgeber, ich bin zuvor noch Ende im Herbst 92 als Finanzchef auf Zeit berufen worden, nachdem die Privatisierung gescheitert war, habe dann ein Insamierungskonzept entwickelt auf Basis dieses extrem hohen Know-how der F&E-Abteilung, denn wirtschaftswesen technisch waren die Menschen hier von der ganzen Ingenieurtechnik, Chemie etc. höchstes Know-how, aber natürlich Marketing, Vertrieb, klassische Betriebswirtschaft, das war nie gefragt, woher sollten sie es denn wissen? Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, aus dem Unternehmen kann man was machen. Als Finanzchef hatte ich Einblick in die Zahlen natürlich als Externer. Ich wusste, was mir bevorsteht, denn als ich begonnen habe als Finanzchef, waren die Verluste dreimal so wie der Umsatz, für westdeutsche Ohren unvorstellbar, aber wenn sie allein ein Kraftwerk haben, das circa fünf Kilometer entfernt von dem Haupt Einsatzort des Dampfes liegt, den sie brauchen in der Raffinerie, das Kraftwerk hat die dreifache Lebensdauer überschritten gehabt. Überall hat es gezischt, weil überall Leckagen waren an allen Rohren, wie man es halt aus den Filmen so kennt, Anfang der 90er Jahre, von Bitterfeld, Böhlen, Neuner, Buna, Adenol, in Krumper und dieses Kraftwerk allein jeden Monat eine Million D-Mark Heizöl verursacht hat, im Monat. Extremst hohe Instandhaltungskosten, weil komplett auf den Schleiß gefahren wurde. Und dazu brechen zwei Drittel vom Markt weg und sie haben 4.000 Mitarbeiter. Wissen Sie, was los ist? Klassisches Sanierungsfall. Ich habe gesagt, ich stelle mir die Aufgabe, ich will beweisen, dass ich das kann. Am Ende mussten wir ohne Raffinerie auskommen, waren noch 40 Mitarbeiter, also 99% der Mitarbeiter wurden entlassen, aber wir haben was daraus gemacht. Heute sind wir weltweit insgesamt ca. 250 und gehören doch zu den Innovationstreibern hier in der Region. Und wenn ich das richtig verstehe, haben Sie eben gerade dann aus dem Entwicklungsbereich die besonders hoch qualifizierten Mitarbeiter behalten, auf deren Basis sie gedacht haben, mit denen können wir was Neues entwickeln, deren Kompetenz können wir nutzen für die Zukunft von Schmierstoffen in der Welt. Genau, das war der Ansatz. Okay. Heute wollte man von Startups sprechen. Ja, das ist eine typische Startup-Situation. Genau, hieß es auch von Gesellschaft. Ja, klingt nicht ganz so sexy wie das Startup. Ja, genau. Ja, und als Sie damals diesen Weg begonnen haben, da hatten Sie sozusagen eine Idee oder andere würden vielleicht sagen eine Vision oder so. Und wie ist denn das aufgegangen, also wenn Sie zurückblicken auf die Situation damals, was Sie sich da sofort vorgestellt haben, ist das denn so gekommen oder hat es sich ganz anders entwickelt? Es hat sich ja offensichtlich positiv entwickelt, aber das, was Sie als Idee hatten, hat sich das erfüllt oder ist es dann eine ganz andere Richtung? Sowohl als auch. Ich habe Ihnen vorher gesagt, dass diese F&E-Abteilung in den 70er-Jahren die westlichen Polyalpha-Olefine durch ein eigenes Grundöl, also ein sogenanntes Gruppe 3 Hydro-Crack-Grundöl ersetzt hat. Vereinfacht gesagt, in den 70er-Jahren, wenn Sie ein 5W-40-Motornöl formuliert hatten, haben Sie, um die kalte Stabilität zu erreichen, ein Polyalpha-Olefin im Westen eingesetzt. Das konnten die Menschen der neuen Bundesländer nicht einsetzen, weil man harte Devisen nicht gehabt. Deswegen hat man ein sogenanntes Gruppe 3 Hydro-Crack-Grundöl entwickelt. Dies haben wir dann in der Raffinerie Anfang der 90er-Jahre gesehen haben und hatten die Idee gemeinsam, ich nenne jetzt keinen Namen, aber mit zwei großen Multis, die Katalysatoren etc. geliefert hätten, dass wir hier so etwas selber bauen, um zukunftsgerechte Gruppe 3 Grundöle zu entwickeln, herzustellen und sie weltweit zu vermarkten, denn wir hatten dort schon ein gutes Volumen aufgebaut. Dafür hätten wir 300 Millionen D-Mark gebraucht zu Investitionen. Nur mal am Rande, auch hier nenne ich keine Namen, aber wer in der Geschichte nachgeht, wird schnell finden, wen ich meine. Es wurde zu Recht, und ich betone zu Recht, damit es keinen falschen Zungenschlag gibt, hier in der Nähe ein großes Chemieberg mit 1800 Mitarbeitern gerettet, um überhaupt noch was in Mitteldeutschland zu erhalten. Ansonsten wäre Massenarbeitslosigkeit gewesen ohne Ende und überhaupt kein industrieller Kern mehr. Nach meiner Erinnerung wurden für diese 1800 Mitarbeiter, ich betone zu Recht, 12 Milliarden D-Max-Subventionen eingesetzt. 12 Milliarden. Ich hätte damals für 600 Mitarbeiter 300 Millionen gebraucht. Jetzt bin ich natürlich Georg Wildeck und kein internationaler Großkonzern, der das fordern kann. Ich war, wo wir immer gute Unterstützung bekommen haben, war von der Gewerkschaft, IGPCE. Bei der Politik haben wir, egal von welcher Partei, mit welcher Partei wir gesprochen haben, immer auf große Zurückhaltung gestoßen, weil es gab damals den Elf-Deal, dass in Leuna eben die große Elf eine neue Raffinerie baut. Wo es angeblich Geheimersprachen gab, dass kein Konkurrent hier überleben darf. Und alle hatten Angst, dass die Elf das absagt, denn die Elf-Raffinerie, heutige Total-Raffinerie hier um die Ecke, gleich als Nachbarn, die war natürlich auch ein extrem wichtigstes Investitionsobjekt hier, die durfte nicht gefährdet werden. Und der Einzige, der uns dann noch unterstützt hat, gute Frage, weil der Name ist, das war der Nachfolger von Ludewig, der war auch Beauftragter von Helmut Kohl für die neuen Bundesländer, der nicht in einem Elf-Deal mit dabei war, der hat uns unterstützt, aber langer Rede, kurzer Sinn, dem Wildecker hat man ja keine 300 Millionen gegeben. Punkt. Und dann habe ich zu meinen Forschungsleuten gesagt, hör zu, wir geben nicht auf, wir hätten ein Klimakonzept gehabt, wo wir 300 Millionen brauchen, um diese hochwertigen Grundhülle zu entwickeln, die auch eine hohe Nachfrage Nachunterlagen hätte aus meiner Sicht auch funktioniert. Und es hat mir keiner vorgeworfen, das technologische Konzept hätte nicht funktioniert, aber wir haben das Geld nicht bekommen. Und dann, das war der Grund, warum ich zu Adinol gegangen bin, um diese Grundhüllkonzeption, die Grundhärende umzusetzen, da hätten wir auch so 400 Mitarbeiter oder 600 langfristig sichern können. Jetzt gehen wir eine Stufe in der Verträgungstiefe nach oben, wir müssen die Grundhülle eben zukaufen in der Welt und müssen darauf aufbauend entsprechende maßgeschneiderte Fertigprodukte entwickeln. Sprich, das Thema Wertschöpfung bei dem Kunden Mehrwert, das ist Bestandteil der Konzeption bis heute, aber als ich zu Adinol gegangen bin, 1994, also von KPMG weg zu Adinol, wollten wir Wertschöpfung betreiben auf Basis von Grundölen, innovativen in der neuen Raffinerie, die wir dann nicht bekommen haben. Und danach haben wir gesagt, okay, dann machen wir nicht nur speziell Grundöle, sondern wir machen ausschließlich Fertigerzeugnisse und da sind dann die Hochleistungsgetriebeöle, Kettenöle, Gasmotorenöle etc. entstanden. Also auch ein Mehrwertcharakter, aber wenn Sie so wollen, nicht auf Basis einer Grundöleraffinerie mit 400, 500, 600 Leuten, je nach Größenordnung und Vertriebsteam, sondern auf Basis eines Mischwerkes, wo Sie die Grundöle in der Welt zukaufen und sich von der Konkurrenz eben durch hochwertige Qualität unterscheiden. Darf ich fragen, was aus dieser Technologie, die schon entwickelt war, geworden ist? Also ich habe das jetzt verstanden, diese Gruppe 3 Öle, die besondere Fähigkeiten haben mussten, weil das entsprechende Äquivalent nicht zugekauft werden konnte aus dem Westen. Was ist daraus geworden? Ist das aus der Welt verschwunden? Nein, nein. Diese Technologie, die wir hier bauen wollten, also hier in der Nähe, am alten Raffinerie-Standort, genau diese Technologie, also wir hatten den Vorschlag 1996 und genau diese Technologie ist dann von einem finnischen Konzern zwei Jahre später mit den gleichen Partnern eins zu eins in Finnland umgesetzt worden, denn der hat bis 1997 von uns Produkte gekauft und dann ist die Adenol-Daffinere weggefallen und dann musste er eine Alternative finden und diese Technologie, wir wären die Ersten gewesen, aber wir hatten kein Geld, diese Technologie ist von einem großen finnischen Konzern und danach auch weiteren anderen umgesetzt worden. Okay, verstehe. Tut Ihnen das ein bisschen weh, dass das so gelaufen ist? Am Anfang hat es schon wehgetan, aber das gehört zum Leben. Wenn man was will, muss man auch mal Scheitern in Kauf nehmen. Aus heutiger Sicht sage ich, wenn ich mir mal pointiert gesagt, in Anführungszeichen, die hohe Industriebräundlichkeit Deutschlands anschaue, wenn ich weiß, welche Energiebedürfnisse eine Raffinerie hat und wenn ich weiß, wie viele Leute aktiv daran arbeiten, möglichst viel Deutschland schnell zu deindustrialisieren und möglichst ohne Öl, Gas, Kohle und sonst was zu leben, nur noch von Dienstleistungen und von den Besserverdienenden, dann sage ich, ich lebe heute wahrscheinlich ruhiger und erfolgreicher ohne Raffinerie, weil in Deutschland eine Raffinerie zu betreiben ist schon bei den jetzigen Energiekosten, den Umweltauflagen etc., das ist schon ein Kunststück und das als Mittelständler hat damals viele Arbeitsplätze gekostet, für die Leute hat es mir leidgetan, aber ich bin zwar ein Schwabe, aber 300 Millionen D-Mark, auch wenn ich Schwabe ein bisschen viel. Okay, ja, vielen Dank für diesen historischen Einblick, das sind ja Aspekte, die für viele Menschen, die heute leben, schon gar nicht mehr wahr sind, so lange ist das her und vielen Dank, dass Sie uns da in Erinnerung gerufen haben. Lassen wir uns in die Ist-Situation oder in die Zukunft schauen. Die Welt da draußen verändert sich, man spricht von der sogenannten VUCA-World, das muss ich Ihnen nicht erklären, was das bedeutet, die sagt ja nichts anderes als, es kommt anders, als es geplant war und diese Veränderungen in der Welt, die machen uns zum Teil Steilvorlagen, also die sind richtig gut für unser Business und zum Teil machen sie uns aber auch Schwierigkeiten. Und was würden Sie sagen, was passiert gerade so in der Welt, was richtig gut für das Adenol-Business ist? Das Thema Nachhaltigkeit spielt uns natürlich schon in die Karten. Wir haben aus den vorgenannten Gründen vor über 20 Jahren begonnen, dass wir verstärkt auf Industrie- Schmierstoffe gesetzt haben. Da brauchen Sie Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte. Wir haben den Industrie- Schmierstoffe an unserem Ergebnis, an unseren Erträgen, also nicht Umsatz, sondern Erträgen, der macht inzwischen 70% vom gesamten Ertrag aus. Vor 20 Jahren war es genau umgekehrt. Also diese Abhängigkeit von Automotiv wird jedes Jahr geringer. Das Thema erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit, das spielt uns schon in die Karten, weil wir sind im Bereich von Biogasmotoren, Erdgasmotoren, Windkraft getrieben, dort sind wir schon gut unterwegs. Natürlich könnte es immer besser sein und darüber hinaus wird bei vielen Menschen das Bewusstsein, gerade im Ausland, außerhalb Europas, dass Schmieröl nicht nur eine Funktion hat zum Schmieren, sondern auch zum Energieeinsparen, zum Ressourcenschonen, dieses Bewusstsein wird immer größer und das hilft uns schon, aber natürlich sind wir nicht der Einzige, der dieses Konzept hat. Wir sind dort gut unterwegs, aber es ist ein sehr kleinteiliges Geschäft, wir haben über 600 Produkte und das müssen sie natürlich auch alles vor Ort managen und handeln und das ist auch ein bisschen die Herausforderung für unsere ausländischen Partner, dass wir eben ein sehr breites Produktsortiment haben und die Praxis sieht natürlich meistens so aus, wenn einer neu anfängt mit uns, wir sind in 120 Ländern vertreten und wir empfehlen dem, was er dann am Anfang den ersten Container packen soll. Meistens kommt es dann zumindest von der Gebindegröße anders, als man es ursprünglich denkt. Ja, und was passiert in der Welt, wo Sie sagen, das ist nicht so toll für unser Geschäft? Ja, die Welt fällt in unterschiedliche Blöcke. Also wir sehen natürlich das Thema Protektionismus, was uns immer mehr zu schaffen macht, Riesenaufwand, dass viele Staaten natürlich versuchen, ob das jetzt bei Amerikan ist oder egal wo sie hin sind, bei Britisch, dass dort natürlich schon geschaut wird, zunächst die heimische Industrie zu bevorzugen, übrigens auch innerhalb der EU, um das klar zu machen, das ist jetzt nichts außerhalb EU, das ist auch innerhalb der EU. Also das Thema Protektionismus ist mit Sicherheit eine hohe Herausforderung, dann haben Sie das ganze Thema der Embargos, was ihnen zu schaffen macht und diese enorme Bürokratie bei uns. Es gibt jetzt eine neue Chemikalienrichtlinie, die ab 1. 12. jetzt im Betrieb, ja, in Gang gesetzt wird und gültig wird, da steht zum Beispiel drin, gewisse Produkte darf ich nur an Kunden verkaufen, die zuverlässig sind. Ja, schätzen Sie das mal ein, nach beiden Kriterien, steht nicht im Gesetz, was zuverlässig ist, da können Sie zehn Juristen fragen, kriegen 20 unterschiedliche Meinungen. Also die Bürokratie, es ist abenteuerlich, was da auf uns zukommt, weil es einfach nicht mehr handelbar ist in der Praxis, die Behörden blicken selber nicht mehr durch, was alles gemacht werden muss auf unsere Kleingebinde, auf die Liter und viele Dosen, ich kann auf die Etiketten fast nichts mehr zum Produkt schreiben, nur noch Warnhinweise. Sie sehen es auch, wenn Sie andere Produkte einkaufen, jeder dritte Satz ist Warning, 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 da sehen Sie, das ist die Rechtsabteilung, die es schreibt und nicht die Marketingabteilung oder die Anwendungstechnik, die Ihnen sagt, was der Produktvorteil ist. Wenn Sie einen Staubsauger kaufen, haben Sie in der Produktbeschreibung 25 mal Warning drin. Und das mag mir schon sorgen, denn wir stellen uns selber die Beine. Man muss schon wirklich aufpassen, dass man genug Zeit noch für Produktentwicklung, Mitarbeiterentwicklung, strategische Entwicklung des Unternehmens noch hat und sich nicht nur mit diesen wahnsinnigen bürokratischen Auflagen beschäftigt. Jetzt, wenn ich da kurz nachfragen darf, diese bürokratischen Ansätze, die Sie ja zu Recht kritisieren, ich bin ja völlig einverstanden mit Ihnen, die kommen ja alle aus einer guten Absicht, also zum Beispiel aus einer guten Absicht, die Umwelt zu schützen oder die Menschen zu schützen und so weiter. Und was würden Sie sagen, wie kann man da eine gute Balance finden? Sie sagen ja, es schlägt zu sehr aus in die eine Richtung, wir wollen nicht, dass es in die andere Richtung ausliegen. Was wäre Ihr Ansatz dafür? Gesunden Menschenverstand einsetzen und die klassischen Endverbraucher dazu befragen. Also wir, ich habe es vorher erwähnt mit den Etiketten, bei uns hat sich noch nie irgendein Kunde beschwert, dass auf dem Etikett dies oder jenes nicht richtig dargestellt ist. Der versteht das gar nicht mehr. Wenn jemand kommt, dann sind es irgendwelche Behörden, wo man schon den Eindruck hat, dass gewisse Lobbyorganisationen und Behörden sich gegenseitig die Bälle zuspielen, damit sie gegenseitig ihre Daseinsberechtigung rechtfertigen können. Dass man schmiert, wir haben vorher darüber gesprochen, dass man schmiert, tun nichts, die trinken sollte, das ist eigentlich gesunder Menschenverstand. Müsste man nicht auf die Packung schreiben, oder? Inzwischen geht es so weit, dass solche Dinge nicht mehr unterstellt werden dürfen. Also es ist die Auflagen, die sie bekommen, an sowas kann man gar nicht denken, bis hin, dass was für den Mittelstand faktisch nicht umsetzbar ist, man muss auch auf die Dose den Händler draufschreiben, der in dem Land, in dem sie das Produkt verkaufen, der Ansprechpartner ist. Wenn Sie es mal anschauen, wie die Praxis funktioniert, da schaut die Welt ganz anders aus. Denn natürlich, sie müssen Etiketten drucken, die dann für alle Länder gültig sind, mit Booklets in allen möglichen Sprachen, wenn die das gerade gedruckt haben, und dann scheidet irgendein Händler aus, schmeißen sie alles weg in der Praxis, was nützt das? Man hat die Internetadresse von dem Hersteller drauf, es reicht aus meiner Sicht genauso. Ich habe wirklich den Eindruck, in vielen Bereichen geht es nur noch darum, die Daseins Berechtigung für gewisse Organisationen und Behörden zu schaffen, was würde passieren, wenn man das Ganze nicht mehr braucht? Schauen Sie mal an, wir sind im politischen Bereich, wie hoch die Anzahl der Mitarbeiter vor 20 Jahren war in dem Ministerium heute, was ich weiß, hat sich verdoppelt. Ob wir deswegen besser regiert werden als wie von Anfang an die Entwicklung und die Entwicklungsqualität eine Rolle gespielt hat in der Entwicklung ihres Unternehmens und letztlich ja auch Entscheidungen, die getroffen werden mussten für Alternativen und gegen Alternativen und das ist ja eine typische unternehmerische Aufgabenstellung, wenn wir die Frage stellen im Management Team oder bei den Entwicklern oder bei wem auch immer, Leute, was sollten wir in der Zukunft machen, um unsere Unternehmensergebnisse zu verbessern, um weiter zu wachsen oder so. Da fehlt es ja selten an Ideen. Ideen gibt es immer sehr viele, viel mehr, als wir sie umsetzen können mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen und mit der zur Verfügung stehenden Management Aufmerksamkeit. Die einen sagen, lass uns die Prozesse optimieren, die den Nächsten sagen, lass uns das Produkt A, B entwickeln, der Nächste sagt, lass uns an der Stelle Geld einsparen, also tausend Sachen, die das Unternehmen tun könnte, um die Geschäftsergebnisse zu verbessern fürs nächste Jahr und vielleicht sogar nachhaltig. Ich war kürzlich mal dabei, bei so einer Strategie Runde in einem mittelständischen Unternehmen, da hat die Geschäftsführerin gesagt, wenn wir das jetzt alles umsetzen wollten, die guten Ideen, die Ideen, die schon vorbereitet sind, wenn wir die jetzt alle umsetzen wollten, dann bräuchten wir mit den Ressourcen, die wir heute haben, 50 Jahre, bis wir das alles umgesetzt haben. Mit anderen Worten, sie war gezwungen, aus den vielen guten Sachen, die da auf dem Tisch lagen, fürs nächste Jahr sozusagen 2% davon auszuwählen und die anderen 98% nicht zu machen, weil sie 50 Jahre dafür brauchen. Und das finde ich immer wieder so spannend, Herr Wildegger, wie machen Unternehmer, wie machen Geschäftsführer das, nicht, dass sie die schlechten Ideen wegsortieren, sondern, dass sie von den vielen super guten Möglichkeiten, die es gibt, trotzdem die meisten zur Seite legen und sich auf ganz wenige konzentrieren und die voranbringen, weil sonst würde man sich verzetteln und wäre auf zu vielen Baustellen unterwegs. Wie machen Sie das oder wie machen Sie das in Ihrem Führersteam, solche Entscheidungen zu werden? Ich denke jetzt ein bisschen nach, weil unsere Branche unterscheidet sich von anderen dadurch, dass bei uns die Produktentwicklung sehr, sehr langwierig ist. Im Prinzip bin ich viel in der Welt unterwegs, so 100, 120 Tage im Jahr, spreche viel mit Kunden, bekomme dort mit, welche Bedürfnisse gibt es dort, beziehungsweise was läuft auch schief und kann man in den Prozessen verbessern. Ich glaube, dass wir deswegen auch relativ gut und schlank aufgestellt sind. Und dann schaue ich mir auch an, wer die Ideen aufbringt. Ich habe gesagt, so ein bisschen Daseinsberechtigung definieren in manchen Behörden. Auch wir haben natürlich Mitarbeiter, die dadurch charakterisiert sind, dass sie hervorragende Ideen haben und sehr gut umsetzen. Ich habe aber auch welche, die setzen es nur bedingt sehr gut um. Denn wenn sie so ein neues Produkt entwickeln, da steckt auch viel Vertrauen gegenüber dem Entwickler. Denn ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel, ohne wieder Namen zu nennen. Wir haben 2016 begonnen, Getriebeöl zu entwickeln. Für den industriellen Bereich, also nicht PKW oder LKW. Und haben uns Ziele gesetzt von der Klassifizierung und Qualifizierung des Schmierstoffes, die bisher keiner erreicht hat. Es hat vier, fünf Jahre gedauert, bis wir soweit waren. Und dann ist es der nächste Punkt, dann brauchen sie natürlich einen OEM, der das Ganze auch freigibt und sagt, ich will das. Und die hatten wir schon im Blick, aber in vier Jahren kann sich die Welt natürlich ändern. Und heute sind wir soweit, dass ein großes, sehr gut gerätetes europäisches Bahnunternehmen, nicht in Deutschland, diese Produkte getestet, gemeinsam mit dem führenden Getriebebauer für Bahnsysteme freigegeben hat. Und dieser erste Großkunde hat jetzt entschieden, sämtliche Lokomotiven und Getriebe dieser Lokomotiven und diese Systeme werden auf unser Getriebe umgestellt, weil wir die besten sind und die Laufzeiten so wie es ausschaut verdoppeln. Bis jetzt haben wir das 1,5 fach erreicht. Sie müssen erst mal die halbe Million Kilometer erreichen. Das heißt, wir haben sehr langlebige Produkte, langlebige Zyklen und ich orientiere mich immer an der potenziellen Wertschöpfung, die wir für den generieren können und damit natürlich auch im Preis für uns generieren können. Denn natürlich, wenn Sie an so einem Produkt fünf Jahre entwickeln und riesige Freigaben kosten haben, bis der Return kommt, es dauert. Aber all die Produkte, ob es im Getriebebereich ist, im Gasmotoren Öl Bereich, im Ketten Öl Bereich, Turbinen Öl, biologisch Abbaubare, Lebensmittel Öl etc. Das waren alles langwierige Entwicklungen. Also neuen Schmierstoff entwickeln Sie nicht in zwei Monaten. Das sind Jahre, die Sie dafür brauchen. Das war auch der Grund, warum wir so lange gebraucht haben, den Rückstand gegenüber den arrivierten Wettbewerben im Westen einzuholen. Wenn Sie endgültige 99 überlebt haben, können Sie nicht davon ausgehen, im ersten Partei 2000, wenn Sie strategische Entscheidungen 12 Monate vorher getroffen ich orientiere mich an der Wertschöpfung für den Kunden, wo wir einen Teil vom Kuchen dann für uns wollen. Und natürlich schauen wir uns die Prozesse an. Aber nur vom Downsizing oder Costcutting kann keiner leben. Prozesse müssen optimiert sein, aber in erster Stelle steht für mich die Wertschöpfung. Okay, vielen Dank. Ich finde das spannend, dass Sie das sagen, weil ich komme ja auch viel rum und spreche mit Geschäftsführern und und bin immer wieder erstaunt, wie groß die Rolle des Themas Kosten senken ist. Sie haben jetzt ganz bewusst, so verstehe ich Sie jedenfalls den Fokus in eine andere Richtung. Richtig, aber bevor es zu Missverständnissen kommt, als wir diese Startup Situation hatten oder Aufwangesellschaft Rolle 99, wo wir noch, wir hatten auch damals schon qualitativ sehr gute Produkte, aber es war eher MeToo. Aber wir hatten kein Brand Awareness, also keine große Marke zur Verfügung. Heute ist die Wahrnehmung schon ein bisschen anders in gewissen Bereichen. Damals waren wir gezwungen, extremst schlank uns aufzustellen. Und ich bekomme immer wieder gespiegelt von vielen Lieferanten, von Auditoren und wer uns alles anschaut, dass die Prozesse bei uns schon sehr schlank sind. Natürlich gibt es nichts, was man nicht besser machen kann, aber ich glaube, wenn einer hier bei Adenol auftreten würde und sagt, ich reduziere jetzt mal alle Fixkosten um 20%, dann glaube ich, dass die Kunden das extrem schnell merken würden, weil der Service danach unbricht. Und von dem her schauen wir natürlich immer, wo gibt es Einsparungspotenzial, aber wir haben den Erfolg erzielt, nicht indem wir nochmal fünf Leute rausgeschmissen haben, sondern mit einem gewissen Stamm angefangen haben und dann wertschöpfungsorientierte Produkte entwickelt haben und an diese Okay, vielen Dank. Ja, Sie haben gerade schon angedeutet in die Richtung, dass es lange dauert, ein neues Produkt zu entwickeln beispielsweise und die Entwicklung neuer Produkte oder auch die andere Veränderung, die man im Unternehmen vornimmt, das wird ja typischerweise in Form von Projekten realisiert. Ganz egal, wo man hinguckt in der Welt, Projekte zeichnen sich ja irgendwie dadurch aus, dass sie später fertig werden als geplant oder werden sie teurer als geplant und dann bringen sie auch nur einen Teil von dem, was sie versprochen haben, aber gleichzeitig ist das natürlich existenziell fürs Unternehmen, dass die Projekte vorankommen, vielleicht nicht ganz so, wie sie geplant war, aber dass sie vorankommen, dass sie Ergebnisse bringen und da würde ich Sie gerne fragen, haben Sie da einen besonderen Ansatz, eine besondere Vorgehensweise, wie Sie sozusagen den Fluss der Projekte, dass die schnell vorankommen und schnell Ergebnisse bringen, nämlich die gewünschten Ergebnisse, machen Sie da etwas Besonderes dafür? was Besonderes ist, weiß ich nicht, aber wenn Sie mal bei KPMG gearbeitet haben, das ist eine harte Schule und dort lernen Sie, oder hat man damals noch gelernt, heute kann ich es nicht mehr beurteilen, weil ich zu weit weg bin von KPMG, nur noch ein paar persönliche Kontakte zu Ex-Kollegen, dort lernen Sie den gesamtheitlichen Ansatz. Was ich mitbekomme bei großen Multis, egal jetzt in welcher Branche, dort wird oft an Insellösungen projektorientiert gearbeitet und wenn das Ganze fertig ist, dann fehlt es an der Logistik, dann fehlt es an Produktionskapazitäten, ich habe mal kurz mitbekommen bei einem großen Automobilzulieferer, die haben ein großes Werk außerhalb der EU gebaut, weil es in einem Land spezielle Subventionen gibt für Ansiedlungen. So, waren ganz stolz drauf, dass es alles einigermaßen klappt und haben sich dann gewundert, wenn man es an einem deutschen großen Automobilkonsum Konzern verkauft, oh, kommen ja 5 oder 7 Prozent Soll drauf, haben wir gar nicht kalkuliert gehabt. Bei denen hat ich gesagt, ich habe das bisher in Deutschland hergestellt, wenn ihr das jetzt wo anders nimmt, außerhalb der EU, das könnt ihr gar nicht machen, Qualität muss passen, aber ich habe ein preisfrei Haus und damit ist die Sache erledigt. Oder sie haben dort das alles verlagert und dann zum anderen deutschen Werk innerhalb des Konzerns geliefert mit irrsinnigem logistischen Aufwand und dann waren die Hallen zu klein gebaut und hatten zu wenige Entladetore, da stand die LKW drei Tage rum, weil man nichts entladen konnte und musste anschließend zu den Kunden Palutfracht das Ganze hinliefern, das Fertigprodukt, wo das Vorteil eben aus dem anderen europäischen Land kam, außerhalb der EU. Das heißt, wir schauen uns immer ganz gezielt den gesamten Prozess an, welche Rohstoffe brauche ich dafür, sind die eigentlich verfügbar für uns, haben wir da mindestens zwei, gibt es spezielle Kriterien, wir reden über chemische Produkte, dass wir die herstellen dürfen, oder brauche ich da wieder eine gesonnene Genehmigung, wie sind die gesamten Qualitätsprozesse innerhalb der Produktion, gibt es da wieder neue Zertifizierung Schritte, damit ihr das Produkt überhaupt und den entsprechenden Zertifikaten an den Mann bringen kann, welche Verpackungseinheiten werden benötigt, welche großen OEMs sind für Freigaben relevant, wie muss ich das angehen, kennen wir dort jemanden, haben wir dort schon Erfahrungen, gibt es vielleicht einen großen potenziellen Kunden, mit dem wir schon sagen, das wäre für dich interessant, dass wir das zusammen machen, um auch Zwischentests zu machen, bis hin dazu, welche Vertriebsfarm braucht man, um Geld verdienen zu können, ist das Produkt auch für Händler in aller Welt interessant oder ist das ein Schmierstoff, den sie nach allen Jahren mal wechseln, wo dann der Händler draußen sagt, hey, ich muss in den anderen neun Jahren auch was leben und all die Dinge entlang der Prozesskette, ich glaube, da tut man sich als Mittelständler leichter, der jetzt gut 100 Millionen Umsatz macht, als jemand, der einen Konzernleiter mit 100 Milliarden, der jeden Tag was anderes auf dem Tisch hat und wo dann eben Produkte entwickelt werden aber eigentlich ist schon ganz was anderes wie der aktuell und das heißt aber nicht, um das auch klar zu sagen, dass bei uns alles 100%ig funktioniert, auch bei uns arbeiten Menschen, die Fehler machen, egal wo, ob da zubildete Geschäftsführer, hinterher ist man immer schlauer, aber ich glaube, die Fülle der Projekte, die wir durchziehen, sind erfolgreich, ansonsten wäre die G&V schlecht und die ist gut bei uns und von dem her versuche ich immer allen Mitarbeitern den gesamtheitlichen Ansatz beizubringen, schaut euch die gesamte Kette an, was brauchen wir dafür, ob es im Personal ist, ob es in den Laboren ist, ob es bei der Rohstoffbeschaffung ist, ob es in der Produktionsseite ist, im Vertrieb, die gesamte Logistik und 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 was ist für den Kunden interessant. Das heißt im Zweifel dauert es mal ein bisschen länger oder ist auch ein bisschen teurer, aber das Ergebnis ist dann wirklich rund und erfüllt seinen Zweck, statt dass man irgendwelche Abkürzungen nimmt unterwegs und sich dadurch dann anschließend auf die Nase legt. Ja und ich bringe wieder ein Beispiel aus der Automobilindustrie, weil ich da eben einige kenne, die in Managementfunktionen arbeiten, also die sagen mir, nimm nie ein neues Auto, das erst ein halbes Jahr auf dem Markt ist. Du weißt gar nicht, was nach einem Jahr in Teilen ausgewechselt wird, weil der Vorstand eben vorgegeben hat, es muss zum 1. Januar raus, obwohl es einer fertig ist. und bei der ersten Inspektion, wenn Glück hast, wird da alles gewechselt, wenn Pech hast, wirst du vorher hingerufen, weil irgendwas kaputt gehen könnte. Wir arbeiten jetzt an einem ganz interessanten neuen Projekt, wo ich hoffe, dass wir in Kürze eine Freigabe bekommen und wir arbeiten schon an dem nächsten Produkt, was nochmal komplexer ist. Und ich habe vor kurzem unseren Leuten gesagt, in F&D, hör zu, natürlich ist mir wichtig, dass es lieber in vier als in sechs Wochen fertig ist. Und wenn ihr nochmal drei Zusatzrunden im Labor drehen müsst, mit allen möglichen Prüfständen und nochmal drei unterschiedliche Rohstoffe bei dem und jenem besorgt, um dann die optimalste Variante herauszufinden, damit wir uns im Markt unterscheiden können, dann dauert es halt vier Wochen länger. Aber da tun sie sich natürlich auch als Mittelständler leichter, weil sie selber überwachen, gewisse Erfahrungen haben und wissen, wie die Leute ticken, als wenn sie im Konzern sitzen, in der Zentrale und in einer anderen Zeiteinheit auf einem anderen Kontinent wird dann was entwickelt. Da zu schauen, was ist wirklich effizient und was macht Sinn, wo ist der Auge dann noch akzeptabel oder sinnvoll, ist dann ein bisschen schwieriger. Okay, vielen Teil. Ja, Sie haben uns ja so ein bisschen die Entwicklungsgeschichte Ihres Unternehmens erzählt und die ist ja auch mit Ihrer persönlichen Entwicklungsgeschichte so stark verbunden, weil Sie ja eben nicht nur Geschäftsführer, sondern auch geschäftsführende Gesellschafter sind und wenn man so zurückguckt auf die Entwicklung im Laufe der Zeit, dann sieht man ja, ein Teil ist so gekommen, wie wir uns das gewünscht und vorgestellt haben, aber manchmal haben wir uns auch auf die Nase gelegt oder sind von Irrtümern ausgegangen, von Fehlannahmen ausgegangen. Jetzt, ich kriege manchmal die Frage von Zuhörern dieses Podcasts, kannst du nicht deine Gesprächspartner auch mal fragen, wo sie sich geirrt haben, wo sie sich auf die Nase gelegt haben, wo sie Fehler gemacht haben, aus denen das Unternehmen dann natürlich was gelernt hat und was Positives ausgemacht hat. Und gibt es da etwas, wo Sie uns darüber berichten mögen? Natürlich unterlaufen jeden Fehler oder Irrtümer und hinterher ist man immer schlauer. Gerne können wir darüber reden. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe es vorher erwähnt, dass ich von KPMG weggegangen bin, bin dann hier rübergezogen, damals mit meinen vier kleinen Kindern, die heute schon erwachsen sind und bin davon ausgegangen, dass das, was ich in dem Unternehmen, so das Sanierungskonzept entwickelt habe, nämlich hier eine moderne Raffinerie für Gruppe 3 Grundöle zu bauen oder weiterzuentwickeln, dass das mit dem Investor, der dann eingestiegen ist, dass das klappt und der Mensch lebt heute nicht mehr, er will da überhaupt keine schmutzige Wäsche Maschen und Nachtreten, aber es hat einfach nicht funktioniert mit der Finanzierung. So, ich habe mich darauf verlassen, bei KPMG weggegangen und dann gesehen, hoppla, war er für die Finanzen zuständig als Geschäftsführer, habe das dann relativ schnell gemerkt, dass ich da wahrscheinlich nicht das bekomme, was man mir zugesagt hat, da kann man sagen, okay, war Fehlentscheidung, hat sich getäuscht, lässt die Mitarbeiter, die alle gehofft haben, der wilde gekriegt ist schon hin, lässt die im Stich und sagt, dann gehen alle im Bach runter, die 500, 600, die wir damals noch hatten, oder man sagt, okay, ich bin jetzt committed, jetzt muss ich eine neue Lösung finden. Und die neue Lösung war halt die, die ich selber mit Bekannten dann finanzieren konnte, dass wir diese Aufbahngesellschaft heute Startup gegründet haben, ohne Raffinerie. Natürlich war das hart, dass da die Presse über mich persönlich nicht positiv war, dass meine Kinder in der Schule und im Kindergarten dann natürlich einiges zu hören bekamen, weil wieder Leute entlassen wurden, ist klar, kann ich denen nicht verübeln, weil wenn von 400 weitere 360 gehen müssen und 40 bleiben über, dass die 360 da wenig Verständnis dafür haben, ist menschlich, aber da müssen sie durch und da merken sie dann auch in solchen Situationen, das sind dann die jenigen, die vorher, egal in welcher Partei, stets Hilfe und alles zugesagt haben, die sind dann weit weg bei anderen Terminen, die negativen Botschaften vor 4500 Leuten hinzustehen und sagen hör zu, wir haben eine Lösung für 40, den Rest haben wir leider keine, das sind keine Einfahren Situationen, aber sowas prägt, ich habe den Leuten da rein mein eingegossen, die meisten waren involviert, mein Betriebsrat immer ein gutes Verhältnis gehabt, aber wenn sie halt keine 300 Millionen zur Verfügung haben, dann können sie investieren und das war sicherlich eine schmerzhafte Entscheidung, umso mehr habe ich mir vorgenommen, ich will ein Unternehmen aufbauen, wo ich nie mehr zu Menschen sagen muss, ich muss aus betrieblichen Gründen entlassen und das habe ich danach geschafft, ganz selten muss man es auch von Mitarbeitern trennen, die eben nicht so performt die Phase durchmachen, musste weitere 100 Leute entlassen, weil das Konzept, was ich umsetzen wollte, aus finanziellen Gründen nicht darstellbar war, dass mir das kein zweites Mal passiert und das konnte ich bis heute Gott sei Dank erreichen. Und das bringt mich auch zu meiner abschließenden Frage, die ich gerne stellen möchte, nämlich so ein Start oder Neustart, ich meine das Unternehmen gab es ja vorher, aber es ist ja ein ganz anderes geworden, das muss ja irgendwie die Kultur des Unternehmens rägen, so ein Beginn oder Neubeginn oder Einschnitt oder wie Sie es auch immer nennen wollen und wenn Sie das so heute anschauen vielleicht auch unter dem mit der Brille Ihrer Mitarbeiter also nicht nur mit der eigenen Brille was würden Ihre Mitarbeiter sagen was ist so das Spezielle an der Kultur die es wert macht bei Adenol zu arbeiten und die auch gleichzeitig zukunftsfähig ist und weiteres Wachstum begünstigen wird Ich glaube wenn Sie mit den Mitarbeitern hier sprechen würden denn die Frage richtet Sie an die Mitarbeiter als mich dann würden viele sagen wir verstehen uns als Familie hier also wenn einer wirklich mit irgendwas ein Problem hat dann finden wir Lösungen nicht indem wir auf 120 Seiten Betriebsvereinbarung haben in der Theorie sondern indem wir immer maßgeschneiderte Lösungen finden und wir haben mit 40 Personen begonnen in dieser Aufwangesellschaft Adenoluboy GmbH 1999 sind heute am Standort Leuna 120 die anderen 120 bis 130 arbeiten in 13 Vertriebsgesellschaften rund um den Globus und von den 40 die damals begonnen haben sind vielleicht noch knapp 10 hier der Rest ist schon in Rente ist ja schon knapp ist ja bald schon 25 Jahre her wir haben mit den älteren begonnen und trotzdem haben wir obwohl die riesige Mehrheitsseite eingestellt wurde sukzessive haben wir immer noch eine betriebliche durchschnittliche Betriebsfähigkeit von über elf Jahren das heißt die Fluktuation ist sehr gering fühlt sich wie Familie aber natürlich Leistung muss erbracht werden und ich habe mir angewöhnt weil es auch ungesund ist runter zu schlucken ich sage den Gesprächspartnern was ich positiv finde das kommt meistens gut an aber ich sage auch was ich negativ finde das kommt nicht immer gut an aber es gibt Dinge die eben nicht gut laufen die muss einnehmen und sich selbst für nichts zu schade sein also wenn nur der Mann ist dann macht man auch selber und das ist ein bisschen die Kultur hier die Franzosen wir haben auch in Frankreich eine Gesellschaft arbeite mit einem zusammen der ist ein bisschen älter als ich der hat auf deutsch übersetzt gesagt du bist ein wichtiger Patron also im französischen der Patron wie man das am besten ins deutsch übersetzt ist schwer zu sagen so der Vater oder wie auch immer man das übersetzen will das ist ein bisschen hier die Leitlinie die für mich gilt wir müssen für den Erfolg da sein wenn beim Kunden was gut läuft muss ich mich kümmern auch bei den Mitarbeitern im Unternehmen aber Hauptaugenmerk meine Hauptaufgabe ist zu schauen dass das Unternehmen nach 5 Jahren noch erfolgreich ist Herzlichen Dank für dieses Gespräch Vielen Dank Ihres Unternehmens und auch wie es weiter geht Herzlichen Dank 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 Alles Gute